Super leichte Zeichnungen Hallo und herzlich willkommen zum Kanal Super leichte Zeichnungen. Heute werden wir Pikachu aus Pokémon zeichnen und ausmalen. Lasst uns anfangen zu zeichnen. Um anzufangen, werde ich die Form von Pikachu schnell zeichnen. Ich beginne mit dem Kopf, zeichne die Augen. Dann die Nase und den Mund. Einen Kreis für die Wange und die Ohren. Ausgezeichnet! Jetzt benutze ich diesen dicken, schwarzen Marker, um unsere Zeichnungen besser sichtbar zu machen. Fangen wir mit dem Ausmalen an. Für seinen Mund benutze ich zwei verschiedene Rottöne. Rot für die Wangen. Rot für die Wangen. Und gelb. Haha! Erstaunlich! Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ein Like und abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.